Hey Leute, ich bin euer Zanni, vom Team Games Club und wenn ihr auf der Suche nach guten Videos seid, seid ihr hier definitiv verkehrt. Wir zocken heute in Minecraft. Was ist so lustig? Du gehst raus, drückst und drückst gleich auf Auflage, weißt du? Achso. Okay. Ja, dann geh mal rein. Achso, ne, fällt grad auf, ich spiel gar nicht mit dem Texture Pack. Nein! Achso, war ich schon. Bist drin? Mhm. Warte kurz. Okay, ich komm. Was ist das jetzt? Okay, ähm, wir sollen vier Schalter finden, wir sollen die aktivieren, wir müssen die, ähm, wir müssen den Ausgang finden, äh, den die Schalter geöffnet haben, ähm, das ist, ähm, also wenn es, wenn das zu schwierig ist, dann können wir schieten, aber es ist unsere eigene Entscheidung. Ich bin da verschieten. Alter, bei mir leckt es, alter, bei mir leckt es richtig krass. Ich disconnecte immer kurz. Das bringt gar nichts. Alter. Das liegt an dem ganzen Redstone. Zwisch. Oh, hier ist schon wieder Redstone. Wieso? Passage open. Hast du ihn gefunden? Wo bist du denn? Weit weg. Äh! Hä, warst du eigentlich jetzt so schwierig? Er wird nicht von dir irgendeinen Trick? Na, hier ist hinten so ein Labyrinth. Ja, ich seh, ich bin ja auch drin. Na, die Lampen, die schon an sind, die musst du jetzt nicht nochmal anschalten, ne? Weil die Lampen sind auch schalten, ne? So, jetzt habe ich alle Lampen aktiviert. Alle vier. Schalter habe ich jetzt gefunden. Ja, gleich. Jo. Zumal das ja draußen auch noch eins ist. Ja, ab alle gefangen. Das hast du fein. So. Hä, lol, wie bist du gerade auf die Wand gekommen? Äh, nee, hier ist nur einer. Achso. Nee. Lol. Dann gehört der hier gar nicht dazu, okay. Äh. Oh, hier. Dann muss der hier wieder der Ausgang sein. TP-Beck, das war's schon? Hä, jetzt ernsthaft? Ja! Da, ich seh dich. Ach, das ist so süß. Ach, das war genau so ein Ton, der in meinem Raum so doll geschwungen hat, dass er so auf die Ohren stach. Hä, das war's? Das war's ernsthaft. Okay, Leute, äh, nichtsdestotrotz sehen wir uns in der zweiten Folge. Können wir teilen das trotzdem. Äh. Jo, bis dann, ne? Ciao. Yet, jawohl. Äh. Billin. Will come am Amen. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020